Hallo Freunde, willkommen! Ein neuer Gilboi gegen XL Mercs. Haben wir auch gerade im Siege. Ja, der muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Also mit dem werde ich gleich mal anfangen. Na gut, schauen wir mal hier. Poseidon oben. Und ja, natürlich, ich meine halt so Full-Tanky-Defense-Type-Monster. Da muss man natürlich irgendwas bringen. Aber wir haben hier Defense Ignore. Und was wäre da besser? So, okay. Ich hoffe, wir cutten. Jawohl, das ist ja... Genius, hey. Perfekt. Außer... Na gut, außer gar nichts. So. Poseidon kann man irgendwas killen. Tja. Nicht übel. Ich habe jetzt auch die Tiana geswitcht. Also das ist meine erste Tiana. Die Tiana hat halt Skill-Ups und so. Weil... Ja, wirklich. Sonst benutzen tut man eigentlich Tiana eh nicht mehr, ne. Hm. So, pass auf, was machen wir? Wir one-shotten hoffentlich diese Ophelia. Perfekt. Können wir dich critten und killen? Ha! 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 Stamm dich nicht. Oh, Vioproc. Geh weg, scheiß. Und... Wie heißt der? Artemil. So. Buffen. Ist das ein Triple für Odin? Jo, hier mit euren Minus-Wind-Damage-Artefakten hier. Proc. Kein Proc. Aber wir haben schon wieder dritten Skill-Ready. Ja, schau mal. Ich möchte irgendwie auch Retesh usen. Ich habe jetzt... Also nicht ich, aber Retesh wurde gebaut. Und getevel-mont von mir. Jo, und es ist schon wieder ultra-slow-motion. Was ist denn das, Alter? Keine Ahnung, wirklich. Aber hey. Ihr wollt jetzt nicht mehr bekommen, dass mein PC fertig ist und geliefert wird. Ich bin gespannt hier. Aber es liegt ja nicht am PC, ne? Na gut. Also. Retesh. Oben. Eigentlich wollte ich da irgendwie was Wassermäßiges nehmen. Statt Chong-Pung, aber... Naja, wo ist das? Also. Chong-Pung. Da habe ich ja schon vor einiger Zeit, so wie man, gezogen. Aber irgendwie hatte ich nie wirklich Runen für ihn halt. Und irgendwie auch so... Weiß ich nicht. Ich finde ihn total übertrieben gut eigentlich. Obwohl halt der Nerf eigentlich echt mega ist, ja. Wer hat schon wieder keine Runen hier, verdammt nochmal. Wieso hat Pirna keine... Okay, Problem gefixt. Ja, Pirna-Runen waren wir mal wieder auf Schamern, weil ich hier... Äh... Ancient Runen-Dingens da gefarmt hab, ja. So, na gut. Double Will. Oh, jetzt nicht mehr. Aber leider kein Death Break. Aber Retesh macht ja Death Break. Vielleicht. Oh ja. Provoke. Na gut. Ähm... Ja, lass auf Retesh gehen. Tschüss. Okay. So, kannst du irgendwas Vernünftiges machen? Ja, das... Ich habe irgendwie abgelenkt, seitdem es gesehen, aber... Okay, Strip... Okay, Strip... Okay, Provoke. Kein Provoke. Kein Provoke. Okay, Kill. Kein Crit. Mein Gott. Und das mit 90 Crit oder irgendwie so in die Richtung geht. Na gut, so. Nein. Scheiß Mogum. So, was ist da jetzt? Was ist wieder Second Life hier? Weih, klar. Na gut. So, Pushback. Ja, ein bisschen. Keine Ahnung. Lea, lass dich mal heilen hier. Der God of Guild War hier. Retesh. Okay, was... Na, das Pernal. Reicht leider nicht. Oh, das ist schlecht. Aber nicht gecritet. So, Finish Pernal. Na, oder? Molang hat eh kein Reckless. Oh, hör auf zum Heilen hier. Und hör auf zum Lecken hier. Wer bei Gottes... Gottes Zorn. So, Heal, Pernal. Proke. Naja. Death Break. Ja, Retesh hier. Retesh OP, ne? Der war eigentlich immer gut, aber halt, ja. Irgendwann war halt was besseres da, aber der wurde ja jetzt eigentlich auch schon ganz gut gebackt und so, ne? Dass er sich selbst cleansen und dass irgendwie andere heilen kann halt. Und Defense Buff verstehe ich irgendwie auch nicht ganz, aber gut, wurscht. So, wenn wir wollen... So, wenn wir wollen... Okay, das ist schlecht. Wir cleansen. Wir machen Damage. Wir machen natürlich Attack Buff, logisch. Und wir landen drei Böhmchen. So, scheiß Praha. Na gut, aber ich glaube irgendwie, die beiden anderen könnten sterben. Jo. Ist zwar dumm, aber lass doch Praha gehen hin. Ich will, dass die von Bomben sterben. Scheiß Praha. Nein, Liebli, nein. Überlebt er das noch eh? Ich glaube schon, oder? Das könnte er noch überleben. Okay, Tudor dabei. Braum and Valeproc. Oh, wir haben eh noch Passive. Nice. Dann brauchen wir auch nicht heilen. Naja. Warum nicht, ne? Wunderbar, hier. Zweiter Win. Na gut, komm hier. Ich probiere den Demon oben. Komm hier nicht. Ne, wieso? Warte, scheiße, hier. Ja, genau das. Gut, dass ich glaube, die Shard habe. Das war genau das falsche Dings. Wo ist mein Demon? Demon. Und ja, unten. Keine Ahnung. Im Zweifelsfall halt Leo Rika. So, bitte es dann nicht mehr... Oh, ne, Patee. Naja, gut. Ja. Okay. Ist natürlich nicht das beste Team gegen Clara, weiß ich eh. Also, weil... Oh mein Gott, Galleon, hey. Dummer Tottele, hey. Ja, toll. Tja. Okay. Sollen wir auch recht sein? Absolut kein Damage. Aber gut, egal. Feuer Demon gewinnt. Er schaut einfach cool aus. Bitte revenge mich nicht. Ah, schau... Oh mein Gott. Und... Ich glaube, ich müsste irgendwie mein Leo auch mal Tag hier machen halt. Okay. Stirb. Okay, kann man das auch noch gewinnen, hey. Oh, Double Deer, aber so wenig Dots auf... Auf Ciara. Okay, wir gehen auf Ciara, weil... Die... Wie auch immer sie heißt, Ciana oder so vielleicht. Kann sein, ne? Stirb an Dots, das heißt, sie kommt mit null Attackbar zurück. Aber... Kann trotzdem... Fick dich doch, hey. Kann trotzdem Bio-Proppen. Und schon wieder. Was ist denn das für ein Scheiß? Naja. Wäre, glaube ich, eh wohlsch gewesen, weil... Ja, Ciara hätte einfach sterben müssen. Und wir haben ja die Bombe gefressen. Aber, hey. Was soll's. Egal. Freunde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.